Hallo, wir sind heute hier in der wunderschönen Stadt Las Vegas mit niemandem geringeren als Carsten Marschmeyer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja nicht nur eine Vertriebslegende, sondern auch ein sehr erfolgreicher Investor, Teil der internationalen Inchotech-Technologie- und Innovationscommunity. Welche Trends sehen Sie zurzeit? Die Welle, dass wir Inchotechs nur haben, um Leads zu generieren, ist vorbei. Das wird viel zu teuer, die Suchmaschinen verdienen sich doof und die Investoren leiden. Ich glaube auch, dass B2C-Insurance anzubieten schwierig wird. Ich sehe mehr und mehr geschäftsmobile B2B, um Datenmanagement besser zu machen, Claimmanagement besser zu machen. Also die Services um die Versicherungen rum, um vor allem das Backoffice, die großen Verwaltungen von Versicherungen schneller zu machen, günstiger zu machen, dass man die Polizei viel schneller kriegt, dass der Schaden schneller bearbeitet wird. Da helfen die vielen digitalen Innovationen. Das war's für einen Zuhause bei der Polizei. si